Ich bin Manja, ich bin 26 Jahre alt und ich bin Teammanager im Bereich Waren Eingang im Warenverteilzentrum in Weinfelden. Jede Ware, die bei euch in vier Jahren landet und verkauft wird, müssen wir ja auch im Lager annehmen. Damit das jeden Tag sichergestellt wird und auch gute Qualität ankommt und auch die Ware, die wir brauchen, muss ich den Ablauf sicherstellen. Das heißt, ungefähr täglich 2.000 bis 3.000 Paletten, die einzeln kontrolliert werden müssen. Auf Qualität, auf Mindesthaltbarkeitsdatum, auf die Anzahl. Um im Lager bei uns gut arbeiten zu können, muss man eine gewisse Stressresistenz aufweisen können. Also man muss gut auf neue Situationen reagieren. Jeder Tag steckt voller Überraschungen, auf die man jederzeit schnell eine Lösung finden darf und kann. Dies macht sehr viel Spaß und man darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Besonders fasziniert mich an meinem Job, dass ich jeden Tag vor neuen Herausforderungen gestellt werde. Kein Tag ist wie der andere. Es gibt immer neue Probleme, mit denen man klarkommen muss und genau das ist das, was mir so Spaß macht. Ich schätze Lidl als Arbeitgeber sehr, weil man sich sehr wohl fühlt. Man fühlt sich direkt angekommen. Man wird direkt integriert in das Kollegium. Das ist sehr gut. Und man wird natürlich auch unterstützt. Heißt, es gibt Ausbildungsmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten. Es gibt natürlich auch intern verschiedene Aktivitäten, die zusammen durchgeführt werden. Und natürlich auch das Teamgefüge zu aktivieren. Vorgesetzte haben immer ein offenes Ohr für die Sorgen, für Anregungen, für Ideen. Bei Lidl gibt es für jeden Mitarbeiter die Möglichkeit aufzusteigen. Natürlich ist dafür eine Voraussetzung, sich selber überhaupt einbringen zu wollen. Viel Einsatz zu bringen, eine gute Leistung zu bringen, Selbstinitiative vorzuzeigen. Aber wenn man möchte, dann stehen alle Möglichkeiten offen. Da mein Team aus 30 Leuten besteht, die teilweise wirklich aus sehr unterschiedlichen Ländern kommen, unterschiedliches Alter haben. Es ist teilweise ziemlich schwierig, alle unter einem Hut zu bringen und alle mit guter Laune am Ende des Tages nach Hause zu schicken. Dabei ist natürlich wichtig, als Teammanager immer ein offenes Ohr zu haben für jegliche Sorgen, Anregungen, Ideen. Heißt, wenn ein Mitarbeiter mit Ideen auch zu mir kommt, bin ich auch als Teammanager sehr offen dafür. Also durch die Du-Kultur bei uns, jeder wird mit Du angesprochen, fällt es natürlich sehr leicht, auch mit Vorgesetzten sich zu öffnen, Ideen einzubringen und jederzeit klar zu kommunizieren. Meine Zukunft bei Lidl stelle ich mir natürlich so vor, dass ich natürlich mehrere Möglichkeiten bekomme, neue Herausforderungen, vielleicht noch einen Step weiter nach oben gehen kann. Und ich freue mich auf die Zeit. Ich arbeite auch darauf hin und weiß, wenn ich mich gut einbringe, dass ich natürlich auch die Chance dazu habe. Bei Lidl ist es natürlich auch möglich, intern jederzeit neue Herausforderungen zu finden. Das heißt, wenn ich aktiv mich weiterentwickeln will, dann stehen mir auch jederzeit die Möglichkeiten dazu offen. Wiongi Baum, den Wasser aufbohrt. Bis zum nächsten Mal, auf LinkedIn! Tschüss! Emily Baum, die